Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G Kameratest. Friede sei mit euch, meine lieben Freunde und Follower des Kanals. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Heute gibt es ein schönes, neues und wichtiges Video für alle Redmi Note 12 Pro 5G Kameratest. Aber bevor Sie sich das Video ansehen, abonnieren Sie den Kanal und liken und teilen Sie ihn, damit er die größtmögliche Anzahl von Menschen erreicht. Jetzt schauen wir uns das Video an und ich hoffe, es gefällt Ihnen. Wir haben das Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G der strengen DXOM ARK Kameratest unterzogen, um seine Leistung in Bezug auf Foto- und Videoqualität und Zoom aus der Sicht des Endbenutzers zu messen. Hier werde ich die Leistung des Geräts in verschiedenen Tests und mehreren häufigen Anwendungsfällen erläutern und möchte die wichtigsten Ergebnisse unserer Tests anhand eines Ausschnitts der erfassten Daten hervorheben. Überblick Hauptkameraspezifikationen Hauptkamera 50 MP 1 Eintel 56 Sensor 2 Mikrometer Pixel F 1,88 Objektiv Optischer Bildstabilisator Autofokus Ultraweitwinkelkamera 8 MPF 2.2 Objektiv Sichtfeld 119 Grad Vorteile Präzise Belichtung des Motivs im allgemeinen Innen- und Außenbereich Erweiterter Dynamikbereich Natürlicher Weißabgleich im Innen- und Außenbereich Akzeptables Gleichgewicht zwischen Textur und Geräusch unter Außenbedingungen Ziemlich genaue Schätzung der Tiefe Nachteile Langsamer und inkonsistenter Autofokus für Standbilder Insbesondere bei kontrastreichen Innenaufnahmen und Szenen mit wenig Licht Starker orangefarbener Weißabgleich bei schwachem Licht Unter den meisten getesteten Bedingungen ist eine Restbewegung sichtbar Gelegentliche Unterbelichtung bei Videos und Fotos bei schlechten Lichtverhältnissen Das Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G Telefon bot eine für ein Gerät der fortgeschrittenen Kategorie Akzeptable Kameraleistung Die Hauptstärken des Geräts waren die Zielbelichtung und der Weißabgleich Der Weißabgleich der Kamera war im Außen- und Innenbereich ziemlich genau Bei schlechten Lichtverhältnissen war der starke Weißabgleich jedoch häufig sichtbar Textur und Lärm waren akzeptabel, insbesondere im Freien Was den Autofokus angeht, war das Redmi 12 Pro 5G insgesamt langsam und die Kamera hatte Schwierigkeiten, den Autofokus konsistent aufrechtzuerhalten Insbesondere bei HDR-Fotos sowie Innenaufnahmen und Szenen bei schlechten Lichtverhältnissen Was das Bokeh betrifft, war die Tiefenschätzung für sein Marktsegment im Allgemeinen normal Beim Aufnehmen von Videos lieferte das Gerät eine präzise Motivbelichtung und einen Farbenfrohen Weißabgleich unter Außenbedingungen Restbewegungen und Autofokus-Instabilität waren unter den meisten getesteten Bedingungen häufig Sichtbar, hauptsächlich jedoch in Innenräumen und bei schlechten Lichtverhältnissen Über DXOM-ARK-Kamera-Tests DXOM-ARK-Kamera-Tests werden in Laboren und in realen Situationen mit einer Vielzahl von Probanden durchgeführt Die Ergebnisse basieren auf objektiven Tests, deren Ergebnisse direkt von der Messsoftware in unserem Laboraufbau berechnet werden Und auf Wahrnehmungstests, bei denen ein Team von Bildexperten mithilfe eines ausgefeilten Satzes von Metriken Aspekte der Bildqualität vergleichen kann, die menschliches Urteilsvermögen erfordern An den Smartphone-Tests ist etwa eine Woche lang ein Team aus Ingenieuren und Technikern beteiligt Bild, Zoom und Videoqualität werden separat bewertet und dann zum Vergleich zwischen Kameras in verschiedenen Geräten zu einer Gesamtbewertung zusammengefasst Weitere Informationen zum DXOM-ARK-Kamera-Protokoll Über DXOM-ARK-Kamera-Fototests Zur Aufzeichnung und Analyse erfassen und werten die Ingenieure von DXOM-ARK mehr als 2600 Testbilder in kontrollierten Laborumgebungen sowie in Außen-, Innen- und Landschaftsszenen bei schlechten Lichtverhältnissen aus und verwenden dabei Standardkamera-Einstellungen Das Fotoprotokoll ist so konzipiert, dass es wichtige Anwendungsfälle berücksichtigt und auf typischen Fotografieszenarien wie Porträts, Familienporträts und Landschaften basiert Die Bewertung erfolgt durch visuelle Untersuchung der Bilder anhand einer Referenz natürlicher Szenen und durch die Durchführung objektiver Messungen an Diagrammbildern Die im Labor unter verschiedenen Lichtbedingungen von 1 bis 1000 plus Lux und Farbtemperaturen von 2300K bis 6500K aufgenommen wurden Bildtests analysieren Bildqualitätsattribute wie Belichtung, Farbe, Textur und Rauschen bei verschiedenen Lichtverhältnissen Die Leistung des Autofokus und das Vorhandensein von Artefakten werden außerdem bei allen unter Kontrollierten Laborbedingungen und in realen Bildern aufgenommenen Bildern bewertet Alle diese Eigenschaften haben einen erheblichen Einfluss auf die endgültige Qualität der mit dem getesteten Gerät aufgenommenen Bilder und können dabei helfen Die wichtigsten Stärken und Schwächen der Kamera zu verstehen Über DXOMARK Kamerasoom-Tests Die Ingenieure von DXOMARK erfassen und bewerten mehr als 400 Testbilder in kontrollierten Laborumgebungen sowie in Landschaftsszenen im Freien, in Innenräumen und bei schlechten Lichtverhältnissen Wobei sie Standardkameraeinstellungen verwenden und mit verschiedenen Zoomfaktoren von Ultraweitwinkel bis Ultraweitbereichszoomen heranzoomen Die Bewertung erfolgt durch visuelle Inspektion der Bilder anhand einer Referenz natürlicher Szenen und durch objektive Messungen von Diagrammbildern, die im Labor unter verschiedenen Bedingungen von 20 bis 1000 Lux und Farbtemperaturen von 2300 K bis 6500 K aufgenommen wurden Über DXOMARK Kamera Video Tests Die Ingenieure von DXOMARK erfassen und werten mehr als 2,5 Stunden Video in kontrollierten Laborumgebungen und in Landschaftsszenen mit wenig Licht im Innen- und Außenbereich unter Verwendung der Standardkameraeinstellungen aus Die Bewertung besteht aus der visuellen Untersuchung natürlicher Videos, die unter verschiedenen Bedingungen aufgenommen wurden und der Durchführung objektiver Messungen an Videos von Mustern, die im Labor unter verschiedenen Bedingungen von 1 bis 1000 Plus Lux und Farbtemperaturen von 2300 K bis 6500 K aufgenommen wurden Am Ende des Videos danke ich Ihnen fürs Zuschauen und hoffe, dass es Ihnen gefallen hat und wir uns in einem neuen Video sehen